hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play landwirtschaft simulator 2017 und einen wunderschönen guten morgen im amerikanischen outback wir sind bereits in folge 157 dunkel also ist gar nicht gut morgen sondern doch ist es natürlich schon mal die folge kommen der morgens um sechs raus aber wir sind hier gerade unserer nachtschicht und stellen gerade fest dass der streudünger die 1 erledigt hat das heißt wenn ich die natürlich als allererstes nehmen in hier schön oben die straße lang bügeln lassen und ja dann werden wir die untere hälfte der acht noch mal von der minimap gesehen weil dies auch noch nicht gedüngt die 1 und die 20 sind jetzt mit ihren düngephasen durch ihn müssen noch einmal ansetzen wunderbar gucken also es wird wahrscheinlich kurz nach zehn sein bevor wir mit der silage starten können das heißt ein bisschen vorspulen müssten wir noch und dann ist auch die frage wie viel milch wir in der zwischenzeit dann haben und so also schon spannend ja das sieht man dann nach der nebelaktion quer über unseren kleinen parkplatz gefahren tata malzeit da bin ich schon so schön nochmal rüber geschmettert hier hin ja das ist unser feld die acht aber die obere hälfte ist schon gedüngt untere hälfte das ist die die nicht gedüngt da fehlt noch eine ladung sozusagen und da setze ich jetzt mal an und dann wollen wir gucken ob wir mit dem kleiner rest bleibt die um die hand machen müssen so ja das macht er auch wunderprächtig ist der patch mal gut durch so jetzt wollte ich hier mit die fräse holen das hatten wir ja auch gesagt und fahr natürlich gleich in die falsche richtung weil die fräse ist hier vorne ich witzbeug macht natürlich was in die toilette davon nein ich muss mein gewicht vorne absetzen natürlich dann ist die farbe ist gewichtiger als aber hinten noch ansetzt machen wir sicher sicher so jetzt die fräse passen dazu vorne da haben wir das gute stück schon aber auch die fräse vorne man sieht die fräse hat auch eine beleuchtung wie eine schöne geschichte ist und jetzt fahren wir mal hier vorsichtig an unseren kollegen vorbei ich habe den lkw das heißt ich habe den ich habe ja schon so gestellt dass wir von der seite hier aus ran fahren können so dass man hier im prinzip loslegen könnte ich steige jetzt hier aber noch mal aus wir müssen mal gucken weil es fehlen doch noch ein paar prozent ja 13 exakt zu sein so gut ja was haben wir noch ja milchbestände gucken tiere 6000 es ist noch keine volle lieferung zum verkaufen das ist okay die sind noch bei 90 prozent dann würde ich sagen schauen wir noch mal tatsächlich in den shop gehen zu castro food und wir brauchen den viehtransporter den wir hier sehen so mit dem viehtreibwagen wie er hier beschrieben steht können wir halt dann unseren unser vieh dementsprechend rüberbringen in die schlachterei und den brauchen wir dann um das fertige produkt abzuholen ich weiß gar nicht mehr wo war denn auf der karte eigentlich der verkaufspunkt dafür aha so das war hier mit der milch da bei der abnahmestelle da haben wir den verkaufspunkt für die fleisch und wurst geschichte okay das ist unser neuer unterbau übrigens also hier ist unsere neue unterstellung deswegen stehen die geräte hier was euch das auch gefällt da steht das gute zeug so ne shop wir machen ihn hier auf nehmen den viehtransporter dem brauchen wir ja das geht nix dran vorbei weil ohne den funktioniert das ganze nicht und kaschum muss unser geld weniger und dass ein zentrallager und das hat eine ziemlich hohe kapazität eine million das hat nur 45.000 das heißt wenn ich zehn von davon nehme hätte ich nur 450.000 das heißt irgendwann sollte man sich theoretisch irgendwo ein zentrallager hin klemmen naja ok erstmal wie ihn jetzt gekauft was wir natürlich noch bräuchten damit wir ihn überhaupt auch transportieren oder bewegen könnten wir halten lkw in denen hier nicht schlecht was hat der 20.000 bei 65.000 muss allerdings zugestehen dass ich die kleinen hier auch gut finde kipper brauchen wir natürlich nicht er ist natürlich riskant teurer würd sagen ich würd sagen ich würd sagen ich würd sagen ich guck mal vielleicht finde ich ja noch eine andere schöne mac variante oder sowas also wir haben den den viehtransporter schon mal gekauft der ist also echt nicht klein ich werde hier echt mal gucken für die folge morgen ob ich uns nicht vielleicht noch einen schönen neuen lkw präsentieren kann ich würde sagen das ist doch mal was wenn wir was neues reinnehmen oder wenigstens eine neue auswahl nehmen was wir dann nehmen ist natürlich auch ein bisschen preislich abhängig wir machen natürlich jetzt gleich zwar gut geld aber ja okay man kauft die sachen auch nur nur einmal die jungs die sachen halten ja bei uns auch eine ganze zeit so okay wir können natürlich jetzt beim shop uns das gute stück schon mal angucken besuchen drehen uns um und da steht er also das ist schon ein ordentliches großes gerät da muss auch ein vernünftiger lkw dann davor da sind die dupen um bald zwischen zu gehen hinten ist die große klappe da steht daher daher muss man passenden lkw suchen würde ich sagen so gut ja wir schauen mal durch was sagt denn unser dünge experte hier da müssen wir jetzt mal gucken weil der dürfte soweit nicht mehr weg sein von seinem gesamtergebnis nicht nur soweit ich glaube er düngt schon ja wie genial pünktlich ist das denn das war super dann können wir noch gleich hier das kleine stück können wir aus der frucht raus fahren aber ich habe jetzt gerade den saft geklaut so wo stehen wir denn jetzt hier so fahren so rum darum ist die originale ausfahrt ja dann können wir auch mit ihm hier schon wieder zurückfahren obwohl zurück theoretisch das falsche wort ist noch mal gucken wie ich das genau mache oder wo ich ihn jetzt genau hinstelle stellen jetzt erstmal hier auf dem hoch bei uns zurück und wenn wir mal ein stückchen vorspulen und dann können wir auf jeden fall mal eine runde die silage aufmachen gucken ob sich der preis zwischenzeitlich wieder erholt hat wir spulen ja auch gleich ein stückchen vor wie gesagt ich habe ja gesamtmäßig gut platz da steht das gute stück ich kann dann auch ausmachen mit feiern werden auch feierabend er hat kein feierabend er geht das an mit arbeiten so gut ja dann mache ich das vorspulen wieder an los geht's was natürlich dann auch gucken kann wenn die minuten jetzt vorweg sind wie es mit der milch aussieht wenn es jetzt selber 97 prozent gleich ist der spaß durch silo ist fermentiert bevor ich jetzt irgendwas mache gucke ich natürlich jetzt erst einmal ob wir noch was verkaufen können also wir haben jetzt hier 8.250 liter wenn ich jetzt 8.250 liter bei den tieren und die soja milch hat 3.500 drin also da sind wir locker mit voll das heißt also es läuft jetzt eindeutig darauf hinaus dass wir noch einmal milch verkaufen bevor wir hier andere nacht und nebel aktion machen so einmal da einsteigen einmal den abklemmen der milchwagen steht ja noch drinnen das könnte auch vielleicht darauf hinauslaufen dass wir vielleicht nach ein bisschen silage machen auch noch die andere tier geschichte machen müssen nämlich das sauber machen so gut jetzt fahren wir erstmal auf dem platz holen wir hier eine runde die milch weg da kommt so ein randale bruder den sehen wir zum glück nicht so wir müssen hier von der anderen seite ran fahren er ist schon ein flinker kleiner geselle hier muss man sagen seine beleuchtung ist auch okay an koppeln und laden so und das läuft und läuft und läuft und ich glaube dass wir damit locker mit der milch von den kühlen zusammen nochmal eine volle ladung kriegen dann kommt nämlich wieder ein bisschen kohle rein und wie gesagt wir kriegen neue silage da können wir natürlich auch mal gucken ob wir jetzt schon einen preis haben um den rest der alten noch zu verkaufen und wir werden auf jeden fall auch noch weiter soja milch produzieren und auch und vor allen dingen auch treibstoff durch biodiesel weil wir ja unser dings ganz voll haben unser feld 8 ist ja komplett voll nur mit raps und das ist ja unser größtes feld mit dreifach düngmichte jetzt echt gespannt wie wir wieder runter holen also bedenken dass wir auch noch einen fast vollen tank an diesel drüben stehen haben da müssen wir da soja fabrik wahrscheinlich wieder ein bisschen was rein machen aber wir sollten einen mit ganz viel glück zwei ladungen treibstoff verkaufen können und die bringen richtig geld da kann man nicht darüber diskutieren da kommt richtig was bei rum so einmal zum milch verkaufen fahren bitte bin durch den wald gebrettert über die brücke gezogen und hier hin so und dann haben wir gleich die abpumpe alle klar hallo also er bewegt sich leicht rückwärts deswegen mache ich das jetzt hier ne so war ich jetzt dran vorbei ja war natürlich nicht ganz so geschickt von mir hier stehe ich zu so äh ja ich mache ihn mal auf abpumpe ach ich äh man sollte nicht schlagen ne natürlich ist es das ist nicht von den tieren überhaupt nicht geholt wir verkaufen jetzt also nur die 22.000 litros der soja mich verbringt ja was ihr euch noch zeigen wollte ist der freundliche kleine punkt hier weil das ist der verkaufspunkt für unsere fleischgeschichte das wird hier auch also weiter transportiert und geht in zucht oder was weiß ich ja das wird natürlich jetzt aber eine kleine verkaufsaktion nur ist aber nicht so wild weil wir für milch ja eh einen festpreis haben ich wollte möglichst halt nur mit vollen tanks fahren aber ja ist mir nicht gelungen und wir haben also auf jeden fall am frühen morgen noch mal eine komplette ladung ohne probleme weil wir einfach äh bei den tieren das gar nicht weg geholt haben tja so sieht das aus ne gut gut ja im blick zur silage werfen ob der preis sich wieder erholt hat wir hatten ja letztes mal für knapp über 1400 verkauft damit war es in die 1100 abgesagt und hat uns sogar rot angezeigt unsere 1400 waren ja auch nur weiß aber wir müssen auf jeden fall was davon verkaufen auf jeden fall was davon verkaufen damit wir äh damit wir uns die anderen sachen leisten können wir brauchen ja noch einen lkw wir brauchen noch den kleintransporter irgendwann wollen wir noch ein lager haben ich lasse jetzt ihn jetzt hier mal hier stehen so dann gucken wir einmal nach dem preis für silage 11 66 ist nicht wirklich der traum das ist wahrscheinlich der niedrigste weiße preis war bei 11 55 war es rot also das war nicht wirklich schön so ich werde es hier schön rumziehen hier kann ich mich noch wenden wie ihr seht wir haben es hier schön noch eine runde ran fahren rückwärts so damit herangehängt und äh klöpfen wir hier raus und drücken er und da haben wir das silo zeug rausgenommen wenn ich jetzt die hilfe an macht dann sehen wir selber 714.000 liter das natürlich mehr als reichlich und ja da freue mich drauf da können wir gut kohle draus machen und gut unsere tiere versorgen ja aber wir sind schon wieder am ende der folge in sache ich vielen vielen dank für zuschauen hoffe dass es euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei sein würde wenn es euch gefallen hat werden daumen nach oben toll teilen wir toll und natürlich auch wenn abo super bedanken ich mich auch bei all denen die es getan haben schon und wünsche euch noch einen wunderbaren resttag tschüss und